Ja, das lief doch. Es war schon etwas schwieriger als die erste Mission natürlich, aber es geht weiter. Nur habe ich bis jetzt gar keine Ahnung, was das Ziel in dem Spiel ist, ehrlich gesagt. So, die werden erstmal hemmungslos getötet. Ey, nicht Urlaub machen. Zack, tot. Oh, jetzt haben die Soldaten auch noch Schilder. Okay, und der Zug fährt. Komm, gib mir das nütziges Bananen-Troll. Das ist gut. Wow. Na, zoll, die Pileshot-Dinger gekommen. Ah, Mann. Schön, erstmal Game Over dann. Oh, nein. Trifft mich das denn auch noch? So ein Mist. Oh, nein. Ey, ich sterb die ganze Zeit jetzt. Oh, jetzt kommen wir von oben hier an. Okay. Mann, das ist ganz schön gemein. Die schießen ja alle auf mich. Ah. Aha, toll. Ein Teddybär. Dafür habe ich mich jetzt so in Gefahr gebracht. Ja, genau in diese Gefahr. Ich bin schon wieder Game Over. Super. Toll, hier sind Schweine drin. Mal sonst noch was. Mehr Schweine. Oh, cool. Ja, ich habe... Oh, Mann. Na, toll jetzt. Ach, das war gerade irgendwie eine blöde Situation. Ich bin kurzzeitig fett geworden. Und dann wieder normal, weil mir jemand... Und da, jetzt denkst du, irgendwas geht. Okay, jetzt muss ich die hier noch... Wow, 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 wow. Langsam. Alles klar. Was ist da drin? Ein Hähnchen. Oh, Lenkpaketen. Nicht gut. Hier komme ich nicht weiter. Steine? Na toll, jetzt sind meine Granaten Steine geworden. Ähm, ja. Okay. Nein, nein. Oh. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich muss den... Seinen Raketen da ausweichen. Und das auf so engen Platz. Aber das... Ah, okay. Einmal bin ich dafür gestorben. Ja, und wir haben wir da. Das ist... Ein Boss. Ne, ist glaube ich nicht der Level-Boss. Jetzt würde Level-Boss-Musik kommen. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Natürlich darf ich nicht... Nicht von den runterfallenden Platzern treffen lassen. Ist ja wohl klar. Alles klar. Oh nein, jetzt schießen die wieder. Okay. Wenn das mal nicht eine beschissene Situation war. Ich hätte gar nicht ausweichen können. Ich will den noch aushalten. Oh. Oh, toll. Jetzt, wo ich es sage, dann. Schön, der hinterlässt viele Münzen. Jetzt haben wir hier. Ein Sound-Bug und ich bin Game Over. Jetzt gibt der mir. Das ist gut. Wow. Na, sorry. Okay, jetzt habe ich die Wahl zwischen dem Helikopter und dem... Oh, Mann. Ich glaube, ich nehme den... Äh, äh. Ich glaube, ich nehme den Hubschrauber. Dann kann ich fliegen. Und, ähm... Gut, ähm... Dafür aber nicht nach hinten schießen. Mit dem Metal Slug-Kett nach hinten schießen können. Aber dafür kann ich mit dem, äh, hochfliegen. Wow. Ist ja ganz schön viele. Alles klar. Weiter geht's. Oh, der sieht mir gemein aus. Der Boss. Da steht Morden drauf. Und ich glaube, mich ändern zu können, der böse General, der heißt Morden. Na, toll. Das Ding hat jetzt schon mal schnell mein Flugzeug geschraubt. Das ist natürlich ganz schön scheiße. Oh. Oh. Hey, coolen Laser-Shot. Danke. Äh, komische Frau. Oh 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 man, den kann ich so schlecht ausweichen Okay Geschafft Wird immer härter Gerade jetzt diese Mission War ja übel schwer Okay Kommen wir zur vierten Eine echt lustige Musik Äh, nicht Musik, Quatsch, was sag ich da? Echt lustige Staged, wir sind hier in Asien Ich nehme an China oder sowas Nach Japan sieht es mir zumindest nicht aus Wegen den Schriftzeichen Ich glaube es ist China Oder China Town, kann ja auch sein Und selbst die Musik, die klingt so ein bisschen Auf Chinesisch Oh, ich bin fett geworden Ja, so sehe ich aus, wenn ich fett bin Also ich werde, glaube ich, ein bisschen langsamer Aber dafür Habe ich einen viel, viel besseren Schuss Alles, was ich schieße Ist immer eine Stufe Härte Alles einfach Was sich natürlich ziemlich gut macht Diese, boah Riesige Kugeln Normalerweise sind das hier so kleine Kügelchen Die er schießt Aber hier sind hier richtige, fette Welle So, was geht hier mir? Next, toll Die sind da oben Ein Bus Wow, hier liegt ganz schön die Führung Was haben wir noch? Okay, ein Brunnen Wo Die ganze Zeit Raketen rauskommen Da muss ich natürlich Gezimt springen Das kriege ich hier hin Da ist gar kein Problem Ah, nein Ich wurde erwischt Und anstatt, äh, äh, äh Qualvoll zu verbuten Platze ich einfach Weil ich ja fett bin Dann platzt man einfach So ist es ja Das weiß man ja wohl Ach, ach, den kann man Den kann ich doch gar nicht ausweichen Okay Jetzt hab ich Lasershot Wow, wow Langsam, Mann Was machen die da alles? Ah, cool Der hilft mir jetzt Hier, bis ich sterbe Oder? Ja, doch Kommt der mit? Macht solche Kamehameha-Attacken? Auf die Gegner Was haben wir hier? Oh, hier kommen Aliens Dürfen natürlich In keinem realistischen Kriegsspiel fähren Aliens Ach So ein Kack Na Okay Irgendwann Ist hier immer der Punkt Wo man nicht ausweichen kann Einfach Gerade in dieser Situation Da liegt auch Da liegt auch Ganz schön viel zu fressen Rum Naja Was mich fett macht Das ist gut Finde ich Es gibt auch glaube ich Welche Ah toll Es gibt auch glaube ich Welche gestört das Beim Spielen Das sie fett werden Weil eigentlich So gut Ausweichen können Also aber Ich gehe gerne Auf Angriff Okay Jetzt sterbe ich mir Schon ein bisschen Zu viel hintereinander Ich gehe mir jetzt Einfach in dieses Ding hier rein So Es gibt Den mir Mehr Kanonen Wow Alles klar Oh jetzt Was ist das Ist das der Boss Ja es ist der Boss Okay Anscheinend gibt es hier Mehrere Stellen Die ich anschießen muss Das werde ich ja auch mal machen Oh Okay Jetzt bin ich getroffen Noch einmal Oh man Was holt der da raus Einmal treffen Und das Ding ist Ja Hinüber Genau Oh ich bin fett Und hab ein Flameshot Das ist Oh das macht Übelst Viel Schaden Aber Natürlich sterbe ich auch Ziemlich schnell Aber irgendwie Hab ich es jetzt auch Irgendwie wieder hinbekommen Gut No prisoner No fucking problem Das machen wir Ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017